Guten Abend und herzlich willkommen in Erfurt, in unserer Begegnungsstätte Heckenrose. Hier bieten wir Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen Hilfe und Entlastung. Viele erleben durch die Krankheit Demenz, dass sie sehr einsam sind. Hier sind die lokalen Allianzen für Demenz ganz wichtig und es ist gut, dass die Deutsche Fernsehnlotterie hier hilft. Und jetzt wünsche ich allen Mitspielern, die ein Megalos haben, viel Glück. 10 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 2-8, 1.000 Euro fallen auf die 5-9-0-1, 10.000 Euro auf die 7-3-5-7-2, 100.000 Euro auf die 2-4-8-6-1-7 und den Höchstgewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megalose mit den Endziffern 9-8-0-5-2-6-4. Herzlichen Glückwunsch, spielen Sie mit und helfen Sie Ihren Mitmenschen. Herzlichen Glückwunsch, spielen Sie mit den Endziffern 9-0-5-4.